Yo, servus Leute! Hier ist wieder euer das Level. Oh ja, ich muss noch mal laden, ne? Hier. Hier sind wir schon wieder in diesem gemmlichen Level. Ich hab's schon... Oh! Glatt vergessen, wo wir hier waren. Es gibt's doch nicht, ich hasse es. Und ich hab jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich jetzt schon war. Ob ich den jetzt schon einmal trocken hab. Oder schon zweimal, wo wirklich. Oder noch nie. Das ist gut, das ist super. Jaaaa, es war scheiße. Dreck. Ach, Mist! Jetzt hat's aufgehört zu regnen, dachte ich mal... Machen, let's play! Oder ein Teil davon, aber... Nix da! Ach scheiße! Scheiße! Hab ich gesagt! Und zum Glück geht das hier nicht auf Zeit. Wieso ist der jetzt nur so... Maaaannn! Oh, ich hab nach oben gedrückt und er springt sofort zur Seite weg! Maaaannn! Ich hasse dieses Spiel! Vor allem das ist Teil 2 von Super Mario Bros. Ich hoffe, Teil 3 wird besser! Mann! Also das ist auf jeden Fall das Spiel hier, bei dem ich mich bisher am meisten aufgeregt hab, würde ich sagen! Mann! Boah! Immer wenn ich über den bin, springt der hoch! Was ist das überhaupt für ne Scheiße? Warum muss ich gegen Tiere kämpfen? Gegen so ne olle Maus mit grünen Ohren! Komm bitte! Komm, geh wieder dahin! Scheiße ey! Maaaannn! Doofes Spiel ey! Ja komm jetzt! Komm! Schnell, schnell! Oh, danke ne! Endlich! Woah! Das hat aber auch gedauert jetzt! Mann! Aber egal! Ich hab gespeichert! Ach Kacke! Wieso wirft der denn so weit? Mann ey! Ätzend! Und jetzt landet der da nicht drauf! Ne! Das gibt's doch nicht! Mann! Scheiß ist das! Ah! Zum Glück ist dieses Projekt glaube ich bald zu Ende ey! Mann ja, kommen bitte! Pässe! Ah, danke! Einmal noch sermon. Ich sagu jetzt wurde es ja. Einigermaßen. Schnell noch hinbekommen. Ne cũng glaube ich schon ihn tätigartig, ich ne那麼 5 Minuten auf! Ich hab schon wieder nicht auf die Uhr geguckt, mann! Ah ja, was ich euch mal sagen wollte, ne? Schreibt mal ein paar mehr Kommentare unter meine Videos, das ist echt ein bisschen... ...wie...nig, find' ich. Ihr könnt auch ruhig erster, zweiter, dritter drunter schreiben, das ist erstmal egal. Hauptsache Kommentar, ne Spaß. Oh, scheiße. Ja, komm bitte, komm bitte, komm bitte, ja, wie jetzt, wie oft muss ich den denn treffen? Also, jetzt hab ich schon dreimal. Viermal, hoffentlich. Kacke. Oder ist das gar nicht das Ziel? Man weiß es nicht, mein Daumenherren. W.: Weil mir gedacht hier zu Ende ist, dann hätte ich erstmal eine Fünf-Minuten-Terrine, ey. So, Nudeln im Rahmen so, so oder so. So, mmmm! Komm, komm, ja... Ja... Ja! 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 Ja, das reicht dann auch wieder... Da ist hier kein Bonus. Scheiß drauf. So, weiter geht's. Hallo? Ich nehme mal wieder Luigi. Nein! Das sieht nicht nach Ende aus. Ja, ich will mal niemanden annehmen. Nimm mich mal, Super Mario. Irgendwie hat sich die Steuerung umgestellt. Egal. Ah, ich rutsche. Na super. Jetzt springt der Sack nicht, ne? TOT. Gucken wir mal, TOT besser geeignet ist für World 4.1. TOT mit dem Pilz auf dem Kopf. Idiot. Wieso trägt der Pilze? Scheiße, Mann. Der war groß. Na gut. Dann geht's erst mal weiter. Ach, Pepe. Oha. Aha. Okay, das ist cool. Ja, das war echt cool. Was ist das denn? Kann man das essen? Ich glaube, kein Ding ins Peach stellen nochmal. Vor allem, wir nochmal sehen. Wenn ich schnell rennen kann, dann nehme ich die. Was kann die? Wohin ist die gut? Die kann lange in der Luft bleiben, oder? Ja, hui. Ahaha. Huiii. Ich fliege. Das finde ich gut. Ja, zieht die einfach mal so eine Rakete aus dem Boden. Mach ich auch andauernd. Hab ich eh noch gemacht. Ja, scheiße. Ich glaube, ich nehme wieder die Luigi. Eieiei. Habt ihr das gehört? Der hat mein Nakenawa geknackt. Oh, oh, oh. Neee. Ist dat ätzend. Ich will dieses Spiel zu Ende bringen. Ja, das ist... Scheiße, ist das. Ich hasse dieses Spiel. Dreck. H! ahhh fuck, Hermann! Jajaja Tchü! Tchü! Tribut an.. Das Mirko? Oder beziehungsweise an Hermann natürlich! Das Mirko ey! was erzähle ich hier? Hermann ist doch nicht das Mirko. Hermann ist Hermann. Hermann Hermanns ist Hermann Hermanns. Oh 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 oh. Boah ey das ist doch ätzend hier. Man. Leute dieses Level schaffen wir nicht mehr. Wir kommen noch ein bisschen weiter. Aber dieses Level wird jetzt. Scheiße. Ach. Ich kann mich ja nicht konzentrieren Leute. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Sollte die Hausaufgaben machen. So bin ich hier. Sogar am Großen speichere ich jetzt einmal da. Ja ja ja. Oh ist noch ein Video. Oh. Vielen lieben Dank. Oh und schönen Dane auch. Vielen Dank und schönen Dane auch ja. Grüße an Caddy von Coldmirror. Games beziehungsweise nur Coldmirror. Was haben wir denn? Den werde ich töten. Ha ha. Ha ha. Was ist da dir? Sieh das? Sieh das. Sieh das. Nein. Oh. Ich kann springen. Nein kann ich nicht. Da hab ich aber schön. Bock. Ne. Okay. So. 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 Willst du mich flachsen oder so? Flachsen. Das war jetzt ein Insider. Den nicht sehr viel versteht. Nooo. Das wäre nicht sehr viel verstehen. Ja. Man. Das kann so nicht weitergehen. Nein. Das ist ein No-Go. Okay. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.